Okay. Okay Freunde, ich würde sagen wir hören uns jetzt eine wahre Begebenheit-Horror-Sieh. Ohhhh, kurz live-Sieh, ey. Wir hören uns jetzt eine Story an auf wahre Begebenheit und dann spielen wir das Spiel! Und dann kacken wir uns alle zusammen in die Hose, ja? Muss das immer klappen? Und dann essen wir unsere Kacke. Die sind die größten Holz-Typen. Die so sehr scheiß Beschissen. Okay Chat, kann man das lesen? Ja, nein, ja, nein. Junge, zünd die nicht an. Nein. Nein, Junge. Wie nein? Dann mach ich das nicht. Wie du machst das dann? Ich schwör, dann mach ich das nicht. Dann mach ich das alleine. Dann mach alleine. Ich schwör auf meine Mutter, ja? Ohne Kerze geht das doch nicht. Das macht doch keinen Sinn. Okay, was muss ich jetzt machen, Freunde? Er ist so ein Schisser. Ich schwör auf meine Mutter, ja? Charlie, Charlie, bist du hier? Charlie, Charlie, bist du hier? Bist du ein Mädchen? Ja, was soll ich denn für eine Frage stellen? Ja, wenn du hier bist, dann gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Da passiert nichts. Was soll ich machen? Englisch. Charlie, Charlie, are you here? When are you here, gib mir, äh... Hier, Charlie, Charlie, deine Mutter stinkt nach Scheiße. Hier. Charlie, Charlie, gib mir ein Zeichen, wenn du hier bist. Ja, komm. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie. Stink, Charlie. Ah! Du Scheißding, Scheißmensch, Alter. Alter, ich rede, glaube ich, mit dem Ochse, Alter, ja? Charlie, Charlie, Alter, deine Mutter stinkt nach Scheiße, stimmt's? Warte mal, kommst du dich mal hin, Alter, ja? Ah! Dreckiger Schwein, Alter. Der steht da wie in dem Dings Pussy, Alter. Was soll jetzt passieren? Ich schwör, ich fühl mich, ich fühl mich so cringe dabei. Ich rede hier mit irgendeinem Geist, Alter, ja? Charlie, Charlie. Ich schwör bei Gott, das hat sich gedreht. Ich schwör auf meine Mutter, das hat sich gedreht. Ich schwör bei Gott, das hat sich gedreht. Charlie, Charlie, ich beende das Spiel, ich hab keinen Bock mehr, okay? Dreckiger Schwein, Alter. Ich schwör auf meine Mutter, das hat sich gedreht. Ja, kein Bock mehr, Alter, dann lass schlafen gehen, Alter, ja? Der steht doch wie der Pussy da hinten rum. Mach doch keinen Sparg. Ja, komm, ich hab ausgemacht, dann lass pennen gehen. Gutein Sinn, Alter, ja? Das geht nicht ohne Feuer. Könnt sein Versuch nicht, warte mal noch. Als ob das wegen Feuer nicht geht, Junge, ja? Warte halt so rum, Alter. Ich warte mal rüber, als ob da was passiert jetzt, ja? Charlie, Charlie, bist du hier? Charlie, Charlie, lieb Thomas Müller mit! Charlie, Charlie, bin ich ein Hund? Spasti, Junge, ja? Mein Gott, ja, bei meinem Glück, es kommt immer sowas in meinen Arsch rein, ja? Hör doch aus, ich hab doch Angst, ich hab das doch tausendmal gesagt, ja? Was war die Intention, das zu spielen? Mit dem Gedanken zu spielen, dass es nicht funktioniert? Warte doch mal deine Fresse, Junge, ja? Warum macht das doch keinen Sinn? Meine Fresse, hör doch mal auf, Junge, ja? Meine Fresse, ja? Hier, ja, ja, ja! Ich, ja, 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 ja! Das Spiel hat gesagt, man muss das Spiel beenden. Beenden oder verbrennen. Wir müssen das verbrennen oder weiterspielen. Verbrennen, Junge. Gerade sagst du, das ist so ein Piss. Keiner glaubt das mir jetzt. Da musst du aber beenden, ne? Du glaubst noch daran, oder nicht? Nee, ich glaub nicht mehr daran, nein. Ja, hier, halt deine Fresse! So, jetzt ist es beendet. Die hat Angst jetzt. Ja, okay. Wenn du heute Abend kommst, ist das deine Schuld. Ich spüre, das ist deine Schuld, wenn heute Abend irgendwas passiert. Ja, okay. Meine Fresse, meine Fresse! Meine Fresse, ja? Du Spasti! AHHHHH! An die Community geschenkt. Niko! 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 Ja, hallo! Hallo! Was ist denn los? Ja! Hallo, hast du was mit Geld? Hör mal, ich hab nen Sack voll Gearschlächer in meine Hose, ja? ... Halleluja! 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 A, Gindroble, ja? Oh, my God, no! Meine Fresse, ja, komm her, komm hier hin und bumsen oder geh nach Hause, Junge, ja, komm bumsen oder geh nach Hause. Oh mein Gott, ja, komm, leg dich hin, 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 oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Geil, Baby, ja, wir kriegen hier Charlie John Jr. Kinder. Charlie, Charlie, are you here? Ja, oh yeah, jetzt hab ich's gemacht. Was geht's morgen? Halt die Fresse. Bitte. 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 So, gut, da, haben Sie nix anderes zu tun, als ein Computer. Ja, hab ich schon mal, halt mal da getressiert, ne? Mein Gott, ja, check bitte, ja, bitte. Meine Fresse. Hey, Charlie, Charlie, ha, ha, gib mir Hilfe. Okay. 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 Hey, 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 hey. Ich stell dir ein paar Fragen, okay, Charlie? Bitte hör mir zu, bitte hör mir zu, Charlie! 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 Du bist mit meiner Dickie jedes Mal, ja. Shit! Shit! Wie gehört das? Was denn? Das! Charlie! Was denn? Charlie! Das Ganze ist nicht gestört, ja? Ey! Mann! Gib mir den Vodka an Luschka und dann lass mich sein. Der Vodka ist freundlich, doch du bist gemein. Gib mir den Vodka an Luschka und sei wieder gut. Wenn du mich bist, bist du nicht noch der Nuschka. Boah, so gruselig, ja, Shit, so gruselig, Tom. Halt doch mal einfach mal deine scheiß verdammte Fresse ja, warum machst du das Fett so aus, ja? Oh, please, ja! Meine Bitte, I go sleep. Halt die Fresse, ja. Hey, hey, hey! Charlie! Charlie? Hä? Oh, mein Gott, Charlie! Charlie! Ich glaub, wir mussten das Spiel beenden, oder? Charlie, warte, ja? Charlie! 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 Komm, wir gehen schlafen, wir gehen schlafen. Charlie! Charlie! Freunde, ihr schlafen mit Charlie, Alter. Charlie, Charlie, are you here? Hey! Geh auf weg, Junge! Charli! Ey, Charlie! Wollt ihr Charlie das Spiel? Charlie, werde ich... Bist du hier? Du musst draufdrücken. Ja. Werde... Charlie, werde ich eines Tages Thomas Müller treffen. Wird Thomas Müller mich treffen. Werden Thomas Müller und Jordan Almanyi sich treffen. Ich bin nicht so dicht. Hey! 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 Ah ANGEL!!! Wäh... Er ist aber jungen Angst und ein Trailer. Hast du das Fenster aufgemacht? beast Ich bin Charlie, ich bin Charlie, hey! Hey! Weeeey! Ey, Chetja, bitte! Heute, die Longboat Tour 2013 mit Umge, Julian Bass und Jordan Sandys. Du fauler Wisser! Aufstehen jetzt zu uns! Oh, halt deine fischaste Fresse, Mann! Aufstehen! Du fauler Wisser! Aufstehen jetzt zu uns! Ah, jetzt. Ah, now let's go! Bitteschön! Bitteschön! Hallo? Hallo? Bitte ja, für die QDH-Family. Hört doch auf, ja. Das ist echt anstrengend, Alter. Boah, ich weiß nicht, wie ich jetzt gleich in so ein scheiß Horror-Haus reingehen soll. Sie wollen unser ganzes Leben auseinandernehmen, ja? Kann sein, ich geb Freunde, kann sein, ich bin ehrlich, ich hau ein oder so. Wie spät nicht aufgehen, bitte. Ja, was wollt ihr? Wollt ihr uns hier verarschen, Alter? Ja, die verarschen uns, ja? Ich lieg hier, Alter, ich hör die ganze Zeit irgendwelche Sorgen. Ich weiß auch nicht, warum die Sorgen sich gar nicht ändern, ja? Ich bin vollkommen unschuldig. Auf einmal war Mero hier, ja? Ich hab auch nicht verstanden, ja, was hat der nicht gemi- Nein, gefresst, ja, ich hau ab, ja, ich hab keinen Bock mehr, ja. Wo war der? Okay, jetzt! Einmal Tanzeinlage, come on! Nein, das geht lauter, Chat, das geht lauter! Ja, das geht lauter. Vielen Dank.